Was soll das denn? Ein umgeschmissenes Warnhütchen im Wald. Die meisten Spaziergänger richten es pflichtbewusst wieder auf. Ein gravierender Fehler. Doch von Anfang an. Waldbrände in Hessen sind leider aufgrund der Trockenheit immer häufiger. Dieser hier im Odenwald ist noch nicht lange her. Hier im Waldgebiet zwischen Rohrbach und Mossertal kam es vor 2 Wochen zu einem Brand in den frühen Morgenstunden. Gegen halb 5, viertel vor 5 wurde Brandgeruch wahrgenommen. Da mussten unsere Feuerwehr erst mal den Brand lokalisieren. Wo befindet er sich im Waldgebiet? Wo führen die Wege hin? Die Wege mussten markiert werden für die nachrückenden Einsatzkräfte, dass die zeitnah am Einsatzort eintreffen konnten. Kaum einer denkt darüber nach, wie kompliziert es ist, ohne Straßennamen genaue Ortsangaben und Zufahrtswege weiterzugeben. Eben dazu dient die genauso einfache wie geniale Pylonenmarkierung. Diese Pylonen werden immer an Wegekreuzungen ausgelegt. Und die Spitze von der Pylone zeigt den Einsatzkräften an, da muss ich langfahren. Nach links, nach rechts oder geradeaus. Wenn sie aufgestellt werden würden von jemandem, wissen die Einsatzkräfte nicht, wo muss ich jetzt lang. Deshalb hat die Feuerwehr Reichelsheim einen kleinen Videoclip gedreht und auch veranschaulicht, was passiert, wenn ein großes Löschfahrzeug im Wald falsch fährt. Dies ist vor allem für nachrückende ortsfremde Einsatzkräfte sehr wichtig, weil der Pendelverkehr für das Löschwasser im Einbahnstraßenverkehr erfolgt. Jede Unterbrechung hier durch rangierende Fahrzeuge kostet wertvolle Zeit, heißt es da zum Beispiel. Die Bitte der Feuerwehr noch mal mündlich. Unser Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, die im Wald unterwegs sind oder auch im Flurgebiet, seid keine Hütchenspieler. Lasst die Hütchen so liegen, stellt sie nicht auf, weil liegend zeigen die uns den Weg, stehend nicht. Wieder was gelernt bei Maintower. Nicht immer ist vermeintliche Unordnung was Schlechtes.